willkommen hier zu unserer f1 22 my team audi karriere in der kombi season wir sind heute wie unten links zu erkennen in japan und später dann auch noch ja in in austin also zwei extrem strecken die ich jetzt nicht gerade extrem wäre gerade suzuka ist eben eine harte strecke 5,8 kilometer 18 kurven eine ds-zone und ja hier willst du halt nicht von weit hin starten denn überhol technisch geht eigentlich nur der dritte ende zweiter anfang dritter sektor denn es ist viel eng viel kiesbett und generell die strecke ist sehr oldschool aber das macht natürlich auch den charme aus das riesenrad in der letzten kurve ist eigentlich schon standard nach einem sensationellen qualifying ist es nun zeit einen blick auf die startaufstellung für das heutige rennen zu werfen charl eclair startet aus der pole position und ein sehr glücklicher carlos sainz startet vom zweiten platz die restliche startaufstellung sieht wie folgt aus norris fernando alonso louis hamilton und russell perez magnussen mick schumacher und esteban okon albon teo porscher pierre gasli der professor zu noda oscar piastri max verstappen wegen einer früheren grid strafe geht es von weiter hinten los und nico höckenberg strahl latifi joe und sebastian vettel startet aus der hintersten reihe jeden moment werden die startlichter ausgehen also schalten wir runter zur strecke für den beginn dieses grand prix hier packen wir uns endlich mal wieder ein das habe ich schon lange nicht mehr gezeigt wir schaffen den lilanen start aber ein bisschen mit ja mit reserven 0,6 meter 60 cm 60 6 cm irgend sowas fehlen da auch vielleicht ein englisches amerikanisches system aber jetzt geht es mal hier los in den großen preis von japan los geht es unter der ist es jetzt schon kaputt obwohl man es nicht mal noch aufmachen darf das sind natürlich gute nachrichten gleich zu beginn da gibt es die berührung mit verstappen aber es ist halt eine enge kurve ich weiß nicht genau wo ich hin soll ich mag die strecke nicht besonders und gerade auch der schlechte startplatz macht das heute nicht viel besser hier haben wir direkt einen train vor uns da ist yuki aber eingeführt wird davon ich glaube einen haas also das ist nicht toll also natürlich jetzt mal cool dass wir hier gleich mal ein paar auf dem tablette serviert bekommen aber man muss natürlich auch vorbeikommen an den denn die kommen auch verdammt schnell aus der kurve raus und ja so heißt natürlich jetzt mal abwarten und gucken wie wir da wo wie wir da reingehen können das auch der heimkompress für yuki hier ich glaube den können wir uns auch hier holen ja da gehen wir ganz vorsichtig rein und ja gehen hier an yuki vorbei 414 das wird eine harte aber das sehe ich jetzt schon kommen das rennen wird sehr sehr schwierig werden denn wie gesagt es ist unheimlich schwierig hier zu überholen aber wenn du dann mal an dem vorbeikommst oder an zwei vorbeikommst ist es natürlich ein segen vier plätze und wir holen den ersten punkt vorne fahren wie dabei der ferrari also ja jetzt konzentrieren wir uns aber mal auf unser rennen denn es kann vieles passieren und wir haben noch ein paar rennen bis dann endlich das saisonfinale kommt im windschatten hier full speed an pierre ghastly dran und jo da geht noch nix so aus der letzten gruppe sind wir ein bisschen schneller rauskommt als ghastly und im windschatten könnten wir ja das schert schon aus da gehen wir ja innen rein oh mein gott ja das war da da hätte ich mir sein können gehen wir mal in die replay und beide ferrari von 1 und 2 wie gewohnt es ist einfach lächerlich es ist wirklich manchmal so undankbar dieses scheiß game ja da gibt das war hier die berührung mit max verstappen ja es war ein wheelbang würde ich sagen das ist noch in ordnung da gehen wir auch ordentlich auf den körper drauf und ja wir sind dann extrem weit hinten im feld aber naja vielleicht wird das noch was mit der offer jagd auch strategisch ist natürlich wieder einiges drin undercut gerade in der 25 prozent variante ist eigentlich ja schaffbar wir könnten ähm ich freue mich auch schon auf f1 23 denn da endlich die 35 prozent rennen zu fahren also gleich mal abwechseln zu diesen langen 50 und zu diesen extrem kurzen 25 prozent rennen wir sind immer noch hinter pierre ghastly hier in der zweiten runde jetzt drückt aber auch schon langsam max dann und wir müssen jetzt hier was machen außen wird es nicht gehen wer hat die bessere beschleunigung doch ja aber hier können wir dranbleiben und gehen an pierre ghastly vorbei das ist p13 das ist okay hier wohl auch direkt wohl wundert mich wie schlecht die gerade beieinander sind ja die sind echt richtig grottig hier theo pusher von dem windschatten außen nein da gehen wir nach innen und ganz spät machen wir hier den move p12 das geht da kommen wir auch endlich ein bisschen nach vorne und albon sollte glaube ich auch kein großes problem werden ich würde auch sagen er so erst ab der ohr da bin ich ein bisschen aufs gras gekommen und direkt fehlt die traktion und jetzt eine ganze runde gebraucht jetzt kleben wir an albon hier dran und ich würde sagen kurve 1 mit diesen späten rein brems manövern hamstert sich schon langsam zu meiner lieblings kurve hervor denn hier haben wir schon viele wohnmalöre gemacht das ist p11 und wir sind kurz vor unserem ersten punkt ein es der bonocon wird hier von mick schumacher aufgehalten der auch da mit magnussen schon ordentlich abreißen hat lassen also ich denke mal da wird dann auch für eine längere zeit schluss sein wenn ich nicht bald abschließen kann auf die 13 runden ist auch verdammt wenig ich weiß natürlich die strecke ist 5,8 kilometer lang deswegen auch eine eher kürzere distanz trotzdem müssen wir mal gucken vielleicht ist da noch ein bisschen was drin aber jetzt mal der nächste bonocon und den beiden haas vorbei das wäre schon ein fortschritt 8er platz 4 punkte ist trotzdem extrem mies weil ja all in all werden wir da wieder unnormal viele punkte auf die ferrari verlieren deswegen entscheide ich mich hier für einen strategischen umbruch wir gehen in der fünften runde rein das ist eigentlich auch ok eigentlich ist ja schon sechste haben dann noch sieben runden zeit und ja hoffentlich wird auch die ortlep oder die ein zwei ortleps gegen meine vorderleute ich fahr ja gleich gegen drei leute gegen die haas und gegen den ähm ja es der bonocon und hoffentlich wird das was vielleicht kommen wir vor denen raus das wäre dann all in all der achte platz aber vielleicht hängt auch vorne noch ein paar in einem kleinen stau oder so und wir machen überraschenderweise noch mehr platz gut mal schauen das wird jetzt eine interessante sache und gerade diese ein zwei runden die werden jetzt sehr wichtig sein letzte kurve magnussen war drin den konnten wir leider nicht holen also das ist schon mal leider ein schlechter vorbote denn jetzt ist auch der rest von der spitze drin wir holen die schnellste rennrunde mit rot grün und dann purple und sind jetzt mal an albon und mic vorbei das ist wichtig und all in all sogar nein mercedes ist vor uns rausgekommen aber hinter uns die red pool auch rausgekommen das war gut dass wir immerhin an mic und ich glaube auch an esther bonocon vorbei sind also da ist schon mal von hinten aus safe denn mic wird uns da alle vom leib halten albon hier mit der genio strategie auf weiß und jetzt dann kevin magnussen gehen wir hier im windschatten und zack innen vorbei das ist okay jetzt hier russell wird oh mein gott da gehen wir ordentlich neben die strecke peres wird von russell aufgehalten das könnte nochmal gut werden sollten wir noch ein manöver eine chance bekommen werden das vermutlich auch die letzten zwei wochen manöver sein aber jetzt schon der achte platz ohne in all ist das eigentlich eh stabil von 15 platz gerade hier in japan wo ich mir kaum chancen ausmalen wir sind hier peres dran aber wir sind jetzt auch schon in der letzten runde schaffen wir in der letzten runde noch ja das comeback den move es ist der siebte platz denn es war noch einer vorne in der box und wir sind jetzt for real auf den siebten platz da müssen wir richtig in die bremsen rein und ja vielleicht schaffen wir da noch was sechs punkte wären es bis jetzt und das ja ist natürlich trotzdem mächtig die 19 punkte die wir da auf den ja ferrari verlieren werden so hier gegen magnusen und das war ja ja und dann direkt ins gras gekommen das war schon hart hier und das ist eigentlich standard bei mir diese stangen leben nie lange also for real diese stangen ich hasse sie gerade in der vorletzten und da sind da fehlt sie auch aber nix mehr das hat nicht gereicht wir sind leider nur siebter platz heute geworden trotzdem muss ich sagen es war ein erfolgreiches rennen hat spaß gemacht vielleicht ist da mehr drin beim nächsten mal siebter platz acht punkte ah sechs punkte vielleicht haben wir die schnellste rennrunde behalten fahrer des tages finde ich nicht aber trotzdem ja und hier ferrari freut sich wieder und ich glaube die haben den konstruktörstitel fixiert das ist ja krass wieder nori auf dem podium der ist auch wirklich ein wunder das ist die zukunft und wie im cover auch so im spiel muss ich euch zugeben der ist ja eigentlich phänomenal dieser landon norris coole sache immer wieder hier am podium Carlos sainz gewinnt das ist eigentlich gut für uns denn so verlieren wir immerhin nur nur in anführungsstrichen drei also wie viel bekommt er 18 so verlieren wir immerhin nur elf punkte sollten wir schnellste rennrunde geholt haben aber auch sainz wird jetzt in der wm an uns vorbeigehen das gucken wir uns aber nach dem zweiten rennen an denn es steht austin an ein richtig beschissenes rennen aber nicht weil die strecke scheiße ist sondern weil das wetter kacke sein wird das kann ich schon mal verraten ja du und deine zwilling schwester ihr könnt euch wieder freuen Ferrari hat wieder gewonnen ähm ja es tut mir leid aber man muss es ein bisschen mit Humor nehmen denn hier ist echt ich weiß nicht genau was man sich gedacht hat bei diesen leuten da unten bei den jubelnden Teamkameraden das sind dreimal oder viermal die verschiedenen Leute hier sind wir nun im verregneten Austin in Texas kennt man eigentlich gar nicht von von Texas dass es hier regnet aber zum großen Preis der USA in unserer Audi Karriere es neigt sich dem Ende zu und man merkt es auch ja das game fängt schon zum weinen an abonniere doch gerne den channel falls ihr es noch nicht habt 18 Grad und guck mir jetzt die Statustellung an zuerst aber noch die Strecke 5,5 Kilometer 20 Kurven und generell ein layout das sehr zum überholen anregt 2DS Zonen und ja natürlich auch der Berg in Turn 1 oder der Turn 1 ergibt Machen das ganze sehr spaßig und schauen wir mal wo wir es hingeschafft haben bei der Startaufstellung bei der Startaufstellung Allerdings müssen wir davon ausgehen dass das bei dem heutigen Wetter den Fahrern ganz schön schwer fallen dürfte Es ist an der Zeit einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen Der Professor startet aus der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Verstappen Perez George Russell und Hamilton Leclerc Norris Fernando Alonso und Esteban Ocon Theo Pocher Hülkenberg Pierre Gasly und Vettel Mick Schumacher Strahl Alexander Albon und Kevin Magnussen Oskar Piastri Joe zu Noda und Nicolas Latifi Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen also schalten wir runter zur Strecke Das heutige Rennen kommentiert Und tatsächlich ich kann es auch selbst nicht glauben wir starten wirklich noch einmal von Pole Position in unsere Karriere Los geht es hier in Ost denn der Start war grottenschlecht und Sainz zieht direkt an uns vorbei aber auch Verstappen und Noron Perez lassen sich das ganze nicht entnehmen und ja da müssen wir auch ausweichen denn hier ist es sehr eng Max ist hier richtig on fire mit Perez ja die nicht mehr Teamkollegen in unserer Karriere hier nehmen es ja nicht gerade so ernst ja was soll ich sagen das war ein richtig grottiger Start und ja unser nächster WM Verfolger zieht da vorne aktuell ein bisschen weg ich habe meine Pole weggeschmissen unter diesen Drecksbedingungen aber auch sehr sehr schwierig gegen eine stronge KI die anscheinend direkt jeden Bremspunkt und die Untergründe kennt ihr kennt das bestimmt auch die KI die einfach viel zu strong unter regnerischen Bedingungen ist es nervt ein bisschen alles andere nervt aber nicht denn ich sehe dass ein Ferrari erst hinter den beiden Mercedes ist und das ist all in all gerade mal 7,8 Platz das ist sehr gut ich muss aber vor allem am Perez vielleicht sogar an Sainz vorbei also heißt das auch in den regnerischen Bedingungen uns jetzt mal antasten und vorbeigehen Box & Stop wird heute kein Thema sein denn es wird bis zum Ende durchregnen gerade am Ende so ein kleiner Lichtblick aber ja das wird vermutlich dann eher nur so letzte vorletzte Runde sein und da werden wir sowieso nichts mehr wagen können mal gucken vielleicht 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 wird es aber heute trotzdem was mit dem mit dem Podium mit dem Win vielleicht sogar also ich will da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren gucken wir uns mal den Start an der lief eigentlich an und für sich sehr schlecht also wirklich ich konnte hier den Wheelspin richtig fühlen und auch die Pace die mir entgangen ist fast auch der Mercedes noch vorbei also der Start war richtig grottig ich habe auch hier gehofft dass sich Perez und Verstappen ein bisschen mehr aneinander kriegen aber da waren wir leider in einer schlechten Ausgangssituation da haben die 4-5 Meter gefehlt und ja das ist natürlich dumm gelaufen das war eigentlich das Worst Szenario was hier abgehen hätte können und das ist es dann leider auch wir verlieren hier unsere ja größte Chance vermutlich die WM Führung zu verbessern und ja fahren hier Purple hier gehen wir ganz spät rein ganz spät und müssen hier ja traurigerweise nehmen die Strecke er war kurz wieder vorbei Jacko bevor wir jetzt hier innen natürlich den kürzeren Weg haben und er bald gar keinen Weg mehr wir sind dritter Platz und auch auf Purple Purple Kurs schnellste Rennrunde auch im dritten Sektor vielleicht Lila mal schauen nur der Exit muss natürlich ordentlich sein und das ist er auch wir kommen hier gut durch und nicht die schnellste Rennrunde das ist nicht gut und Paris kommt hier ein bisschen besser aus der letzten Kurve raus ja der geht da rein es ist natürlich klar man kann hier verdammt spät bremsen und ja aber ich habe trotzdem noch die bessere Line gut Jacko ist hier richtig und gut unterwegs der wird uns hier richtig 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 jagen noch und Verstappen ist ja generell bekannt das ist ein sehr guter Regenfahrer also gegen den irgendwas auszurichten da musst du schon ordentlich Pressure machen oder eher mal einen Fehler es wird hart werden es wird sehr sehr hart werden wir springen vor in Runde 8 und da kommt der späte Move ins Ende Sektor 2 jetzt sind wir ganz nah an Max dran aber der kommt so schnell aus diesen Kurven raus das ist schon beinahe illegal wie schnell der ist im Windschatten schaffen wir es aber immerhin irgendwie uns neben ihn zu setzen und natürlich sein Fehler hier er positioniert sich außen und wir können hier innen durchstechen das ist der zweite Platz und das ist genau das was wir brauchen eventuell sogar noch ja ein bisschen aufholen und dann noch den Sancy holen wir müssen ihn eigentlich überholen und ja schauen wir mal wo wir dahin kommen vielleicht wird das noch was mit der Gap 2,6 Sekunden jo das 2,7 oh da kommt der Pendler mitten in der Kurve ist der quersteuer das ist gar nicht schön das war gar nicht gut und das schaffen wir auch die vorletzte Kurve nicht jetzt aber T20 die müssen wir eigentlich gut mitnehmen um hier Schwung mitzunehmen Schnellste Rennrunde für Carlos Sainz wir halten aktuell die Schnellste Rennrunde wir sind am Ende der zwölften Runde und kleben hier an Carlos Sainz Junior dran die Bedingungen haben sich geändert es ist trocken und wir müssen halt jetzt mit diesem Intermediate uns durchschlagen eine 1,41,6 gegen eine 1,41,8 das heißt 2 Zehntel ohne 0 haben wir ein bisschen verloren aber es sind jetzt auch die Bedingungen wo man nicht mehr schnelle Runden fahren kann sondern eher so Drive to survive denn man muss hier wirklich jetzt achten nicht zu sehr die Reifen zu überhitzen und wir müssen auch natürlich auf einen Verstappen achten der uns richtig hinten drauf geht in den Top 5 ist kein Leclerc und der sieht weit hinten aus das sieht mir aus als ob Leclerc nicht mal in den Punkten wäre also das ist ein komplett schwarzes Wochenende ja ist natürlich jetzt bad wenn wir hinter Sainz ins Ziel kommen denn so ist dann halt wieder ein paar Punkte ja gegen ihn verloren aber wir haben noch ein paar Rennen und Sainz ist bei Gott nicht so ein starker Konkurrent wie Leclerc solche schwachen Momente von Leclerc muss man ausnutzen denn gerade in unserer zweiten Season hier gab es die noch nicht die waren eigentlich immer erbarmungslos und ja wie soll ich sagen auch ja schonungslos die haben uns immer ja geschlagen so hier dann in Turn 1 da wollte ich immerhin schon mal ein bisschen angreifen aber ist noch nicht gegangen dann hier dieser letzte Kurven Move hier raus und da wäre fast der Counter gekommen von wer nicht, wer nicht und hier dann der Überholmen das Überholmen über gegen Landon ah gegen Jaco Pérez sorry Jaco Pérez wir haben hier reingehalten waren aber eigentlich auch von der Linie her besser ich war nur ein bisschen zu spät auf der Bremse musste dann neben die Strecke gehen aber auch kurz vorne aber generell ja ich war ja vorbei bevor ich neben die Strecke gegangen bin schöne Nase die schon wieder ein kleines Loch hier hat das Schadensmodell gefällt mir absolut nicht von dem Game also da muss ich ein bisschen was ändern da wäre dann der Counter fast von Jaco gekommen da wäre dann da wäre dann Fantastischer Job du hast es auf das Podest geschafft super gefahren du warst unglaublich schnell das freut mich unheimlich Ferrari kann sich freuen wir sind wieder auf dem Podium und wir schauen da ein bisschen hinterher es ist der zweite Platz das ist okay würde ich sagen sie ist aber auch noch mal das ist meine Hauptschrift ich bin jetzt hier das ist okay das ist eine Art Schraub das eine der alles ist das ist das ist Vielen Dank. Vielen Dank. Auch Nico Hülkenberg legt heute einen Punkt dazu. Das ist toll. Und das ist auch der nächste Punkt für unsere Konstrukteurs-WM. Mach weiter so Nico. Das war's. Und das ist auch der nächste Punkt für unsere Konstrukteurs-WM. Dass wir da noch alles stärkern können. Für heute war's das aber mal. Später kommt noch die Road to F1-23 in Formel 1 2018. Schaut gerne auf TikTok vorbei. Unterstrich Tobi und auch gerne auf Instagram. Atio-Gaming. Alle Links sind unten in der Bio. Und falls euch mein Content gefällt, abonniert natürlich gerne kostenlos. Und lasst doch gerne einen Daumen hier oben da. Mich würde es extrem freuen. Bis morgen oder später auf TikTok oder hier nochmal auf YouTube. Und ciao.